Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Manuel am Abend, Freunde, heute ein neuer Abend und auch wieder ein tolles Glück. Ja, nun sitze ich nochmal hier auf meinem Bett. Ja, werde ich jetzt nochmal kurz nach draußen gehen. Ganz kurz, ja, ich glaube, das machen wir jetzt mal. Kommt einfach mal mit. Ja, in der letzten Folge konntet ihr sehen, letzten oder vorletzten Folge, konntet ihr sehen, dass mit dem, ihr wisst ja, am 21. konntet ihr sehen, wo draußen der Garten gezeigt wurde, wo ich es erzählt habe. Aber jetzt gehen wir da raus. Genau da. Und da wollen wir jetzt mal hingehen. Auch wenn wir vielleicht nicht gleich was sagen, aber gehen einfach mal hin. Raus und dann wieder hinein. Warum? Werdet ihr sehen. Ja, hier stehe ich nun und freue mich, dass ihr da seid. Und jetzt gehen wir mal wieder rein. So, jetzt sind wir wieder drin. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Ich werde mich jetzt mal kurz hier aufs Sofa oder aufs Bett schmeißen. Ja, was man so als schmeißen bezeichnet. Jeder schmeißt das ein bisschen anders. Oder bezeichnet das auch ein bisschen anders. Aber, wie gesagt, muss das ungenau zu sein. Aber jeder selber wissen, nicht? Ach, Manuel am Abend, Freunde. So klingt das doch gleich besser. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Aber fast. So, jetzt. So ist das doch gleich besser. Nun sitze ich hier mal am Abend, Freunde. Oder liege ich hier. Gut, ich setze mich mal so. So ist doch ganz toll. Ja. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Jeder Tag ist anders. Aber jeder Abend ist auch anders. Und jetzt kommt die Zeit, wo es wieder dunkler wird. Nachmittags nicht mehr allzu lange hell ist. Dann kommt noch hinzu, dass sich die Uhren wieder umgestellt werden. Und, und, und. Also kommt noch so einiges auf euch zu. Aber es gibt Sachen, wo man sich darauf freuen kann. Und jetzt, ja, Manuel am Abend, Freunde. Ja, dann muss ich leider mich wieder verabschieden. Warum? Weil ich habe dann noch andere Sachen zu tun, als nur Manuel am Abend zu machen. Ja. Also macht's gut. Und ciao. Tschau. Da-da-da! Oh, no!